ja hallo und herzlich willkommen zur zweiten folge hier bei night of the times wir werden schon ein paar mal überrascht leben ist immer unten bei mir ist schwierig wir können uns auch hier ausruhen mittlerweile das leben noch bekommen aber ich kann währenddessen halt nicht bauen die zeit geht weiter von daher lasst uns mal hier weiter machen wir brauchen nägel oder erst mal noch ein nagel brauchen seile dafür brauchen wir ein eisen herstellen wir brauchen zwei balken und bretter war das schneidwerk zumindest schon mal stellen wir machen es hier hin erst mal da so aus eben dazu eine kleine tierfalle bauen können eine feiermaschine von der werkbank, dafür müssen wir aber erst mal leveln auch schon so viele punkte wieder jetzt haben wir grundstoffe haben vielleicht mal gucken das stimmt das werden wir dreimal haben wir zwei davon eine herstellung sehr cool den pusher hier lege sechs seile lege sechs seile hier noch und hier lege sechs seile hier 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 ich hier hier auch hier Untertitelung des ZDF, 2020 Da brauchen wir keine Falle für, ne? So, mal gucken. Äh, ne, dem... Zwei und vier. Das würde ich gerne eigentlich... 4 Balken, ein Nagel und 4 Balken, ein Nagel, könnte man ja mal gucken. Dann würde ich nämlich gerne noch die Dinger hier bauen. Seiten dafür. Gehen wir noch hin? Gehen wir noch mal ein paar. Der Haue ist guter Drauf. Oh, wo war ich? Bei 13? Fehler kommt komplett da raus, ist gut. Das würde ich gerne, ich würde gerne noch Licht bauen. Das eher so hier hin. Das ist guter Drauf. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe das. Das war's für heute. Ich. Okay. Lass uns mal noch erst die Dinger jetzt bauen. Dinger bauen. Über. Das kann ja hier rein, ne. Auch hier unten. Das sind ja erstmal hier hoch. Die eine Ecke können wir frei halten. Es ist noch nicht ganz so spät, dass er kaputt ist, muss er neu sein. Das ist noch nicht so spät, dass er nicht so spät, dass er nicht so spät, dass er nicht so spät. Wollen wir hier ein bisschen hochleveln? Das wird so hochleveln? Das ist jetzt schon fast das Luxusproblem oder die Luxuslösung. Ich weiß nicht ob er vorne mit auskommt. Das werden wir dann sehen. 29 jetzt, ok. Ich weiß nicht, dass er nicht so spät, dass er nicht so spät. Ich weiß nicht, dass er nicht so spät, dass er nicht so spät hat. Ich weiß nicht, dass er nicht so spät hat. Ich weiß nicht, dass er nicht so spät hat. Ich weiß nicht, dass er nicht so spät hat. Es gibt noch zwei Stunden. Was ist das? No, es ist ja... Untertitelung des ZDF, 2020 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 was heute bei oben kommen vielleicht ist es ein leichter angriff ich weiß es nicht mehr weiß es echt nicht mehr ich habe schon einmal gestartet gestern also halb schlaf da habe ich kläglich gescheitert habe ich aber auch die hardcover variante angekreuzt das machen wir nicht mehr dass wir uns vorbereiten müssen ich glaube wir stehen hier schon ganz gut mittlerweile von den und die wir haben drei werkzeuge beziehungsweise drei wenn die dann auch da unten lang laufen dann bringt es ja nix auch in die von vorne kommen auf jeden fall noch eine zweite von denen hin darunter die piekse und irgendwann elektrisch den pfeil beide noch um immer gespannt was sie da hier geändert haben da dran kommen strom hat begonnen ja dann mal man tau dann habe ich mich schon mal auf erneuern wie die wellen kommen Ich hab's hier immer auf dem Platz 2, wie es 170 Abos, 180 Abos, auf dem Platz 1, die Patzen. Äh, lo. Shit. Shit. Ey. Hau ich jetzt nicht dran. Schneid mal raus. Und dann, wenn Dragon hat Mutterfix, NetKid hat drei Abos rausgekommen und NetKid hat nochmal drei Abos rausgekommen. Ist es denn, wie war es denn? Danke. Ja, ich bin dran. Alles unsere Bau ist, klar. Ich hab's hier, wo wir heute sind. Letzt. Haller, der ist denn der Letzte. Ich hab's überhaupt noch jemals Schiff macht, weil das gemacht wird. Ich hab's hier. Machen wir das nochmal. Machen Sie sie so gut sind. Ja. Ja, das war ich davon gemacht. Ja. Pferd ist aufgesehen. Bieren, man. Dab es nicht, man geht Court. Aber wie sicher ist ja. Wann wie ist das? Man kann gut sagen, man kann das mal nutzen. Ja. Wie ist doch mal matters Trick? Ja? Wie ist ja mal normal ist das? Es ist nicht dankbar, als ich glaube, wenn hier so ein helles Weiß ist. Umdran einigermaßen. Umdran einigermaßen. Umdran einigermaßen. Reingefallen. Okay, das klappt schon mal. Da ist der eine oder andere schon gestorben. Das Rad da vorne ist einfach göttlich. Das Rad da vorne ist. Wollen wir mal gucken, was wir hier schon forschen können. Hier auf den Fähigkeiten. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Da sind auch noch keine großen Ball gewesen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist halt alles noch recht überschaubar. Das ist halt alles. Das ist halt alles. Das ist halt alles. Das war es glaube ich noch nicht. Da kommen so ein paar ja. Das ist halt alles. Das ist halt alles. Das ist halt alles. Das ist halt alles. Das war's. Das Gute ist auch weit weg, das heißt, man kann auch schön reparieren dann noch. Hier die zweite Welle wird wahrscheinlich schon anders aussehen. Was der Kamera bekommt, das ist schön. Das war's. 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 so das dürfte es gewinnen wir haben wir jetzt schon einmal gucken gleich was alles kaputt ist ach gar nicht kaputt scheint nichts zu sein gegengeschlagen das haben wir nur auf jeden fall gucken dass wir noch eine von dem machen können das heißt dafür brauchen wir ein zahnrad herstellen das heißt dann können wir eigentlich das herstellen dann noch eins hergestellt hier müssen dann würde ich sagen wir nehmen noch hier ein zwei nägel ein brett zwei nägel 5 seiler müssen wir das schon hinkriegen das heißt wir brauchen jetzt war also weiß mal wieder das licht an ja 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 kupa da bei wird nicht oh ja 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 Das war's für heute. Ja, aber wir sind schon wieder bei 37 Minuten, sehe ich gerade. Das war die Folge für heute und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüüü. Also. Traumendo für YouTube aufgenommen, oder was?